Hey guys! IT! Shut the fuck up, you piece of shit! Alright! Oh, sorry, wrong voice chat. Sorry, sorry. Ich wollte gerade was sagen, ob er mit seiner Mum geredet hat. Aber ich lasse es einfach mal. Lass es lieber. Ein herzerfrischendes Ballborne und herzlich willkommen zum Ranked! Warum tun Leute das? Oh mein Gott. Gehen in Voice Chat und seien dann halt die Fresse. Ja, die wollen witzig sein. So funny. So funny, so fucking funny. So, der Proxy ist auch drin. Proxy spielt leider, muss man sagen für ihn, auf unserer Elo. Was ja kein Zeichnermann ist. Leider auf unserer Elo. Dass es für Proxy gut läuft. Weil für uns läuft sie nicht gut. Fuck! Die Wand war echt gut. Oh, die Sim rechts hinter dem Schild, Alter. Ja, lass sie doch da stehen, Mann. Muss doch nicht reinlaufen. Die hat ihre Kugeln da hingeworfen. Ich werde meine Ehre wieder herstellen. Ah! Oh, nice, 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 nice. Dann run. Nice, guys. Von irgendwo ist dieser Symmetra Tower. Ich hab ihn gerade gemacht. Ich hab ihn gerade gemacht. Rekard was sleeping. Someone on the point. Nee, es war Reinhard. Es war nicht Sombra. Ja, gut. Sombra, Reinhard. Kann man mal verwechseln. Ich dachte auch Sombra. Ich dachte auch Sombra. Ich hab aber extra nichts gesagt. Da hab ich mich umgedreht. Und da stand so ein fetter Typ hinter mir. Und dann war so. Die haben nicht mal eine Samoa. Nee, eben. Oh, was? Kann ich den Schild nicht mehr auf die Payload stellen? Doch. Ich hing zwischen Payload und Tür. Ich hing auch gerade in der Tür. Und da hat die Förder mich wegraketet. Ja, mich hat die Ash gekillt. Mal lächerlich. Der Proxzene. Als ob der Zen das riecht, alter. Kann ich hier kommen? Ich bin selber, Alter. Oh, nice. Zen low. Terrorize. Terror low. Was ist denn denn? Oben. Oh, fuck. Er ist rüber. Ich mein scheiß. Äh. Ich mein. Äh. 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 Ah, fuck. Ah, ich mein, äh. Äh. Nee, ich hab gesagt, ah, fah. Äh, scheiß, äh. 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 Na, was? Der hat schlechten Einfluss auf uns. Und ich, und ich entschuld mich hier für, fuck. Okay, ich glaube ich geh gleich auf McQuay. Ne, McQuay. Ah, ne, wir haben schon. Okay. Dann mach was Proxy. Ist das ne Mercy, die da rumlauft? Ne, ist ne Ash. Oh, nice. Nein! Meine Maus! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, so Bryce. War heut wieder Mecha-Schule offen, oder was? Ja. Das ist wieder, neue Season hat angefangen. Ich hab auch gesehen, neue Season hat angefangen. Oh, wo? Pause machen. Ja, ist so. Der Tod ist und dabei. War gerade gesagt, vor DPS? Wo sind denn vier? Zarya online. Ja, Uriza ist auf DPS. Kennst du auch. Classic Uriza. Proxy, du kannst echt mal die Farrah killen. So, ich bin auf dem Payload. Und ihr? Ja. Oh, fast Goro. Hast du das gesehen, Mann? Die Ash wär fast runtergefallen. Ja, die hing da noch auf so... Du hättest da noch ne Banane hinlegen müssen, dann wär sie ausgerutscht und runtergefallen. Ja. Was hat er gesagt? Ich versteh den manchmal auch nicht. Ryan left. Ryan low. Get sleep. Road low. Nice. Komm, geh auf mit dem Ding! Haha, mir kam mir das ganze Holz entgegen. Ich stand da hinter der Tür so bumm. Es wär geil, wenn man einen Helden haben müsste, der das auftreten muss, so. Du bist. Treten. Nicht boxen. Aha. Ich bin hier so der... Ich bin hier so der... Der Box... Warst du Ulti? Nice. Du musst aufpassen, lass sie dich nicht... Ah, ich wollte gerade Ulten. Zum Glück hat er nicht gezählt, ey. Hat er nicht gezählt? Nee, ich hab die Ult noch. Gut, dann lass gleich mal kombinieren, dann mach ich meine Ulti und dann... Ich bin hier... Dann lass gleich mal kombinieren, dann mach ich meine Ulti und dann Kombinieren, dann mach ich meine Ulti und dann Ich denke, wir haben heute einen ziemlich guten Job gemacht. Was war da? Ruhig, ey. Ich bin auf die Putsche, du bist da gekommen. Oh, Goro. Du resist. Dann mach ich gleich meine Ulti und dann können wir kombinieren. Seize your resistance und ich nur so. An der Stelle ist es schade, dass ich nicht mit Facecam aufdehe. Riesige Augen hab ich gemacht. Rein, los. Nope. Oh. Ich hab meine Ulti und können wir kombinieren. Jetzt hättest du deine haben müssen. Das ist doch so viel. Nice, 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 nice. Als ob Roadhog schon wieder eine Ulti hat. Oh, let's push. Oh, yes. Good Job, Seiya. Nice, good job. Nice, good job. Good job. Und dann, wie ich rauskomme, deine Ulti da steht. Und dann schneide ich wieder rein, wie du es sagtest, aber mit einem Hall und grauen Filter und dann so. Ja. Und so einer traurigen Musik so. Ich hab gleich meine Ulti. Wir können gleich kombinieren. Und ich komme aus der Tür raus. Du stehst da, guckst dein Ulti an, drehst dich zu mir und ich muss nur mega lachen. Oh, das war so ein schönes Bild. Das war so schön. Nee. Doch, für mich war das der schönste Augenblick dieser Runde. Wenn wir jetzt verlieren, wäre mir das so egal. Das war traurig. Aber naja. Dafür kann man ruhig mal ein Like da lassen. Dafür kann man ruhig mal ein Like da. W und Q nicht aber auch echt. Wie du es vorher auch sagst. Ich hab meine Ulti. Dann können wir gleich kombinieren. Und ich komm raus und sag so, ja, ja, machen wir gleich. Und dann, ja. Soll ich jetzt auch Q drücken? Es wäre egal, wenn ich mich daneben gestellt hätte und auch Ulti. Oh, wenn wir kombiniert hätten. Und dann im Ball steht da, mit Combo'n. Ja, rumbo-combo. Oh, der war fast drin. Also nochmal, Proxy, weiß ich nicht. Ähm. Something is on the left. Ob wir bei Proxy den richtigen Artikel benutzt haben. Ist ein Junge. Nein. Genji Monkey behind. Genji low. Ja. Farrow low. Ist das ein Junge? Ich bin mir unsicher. Ja, ist ein Junge. Es tut mir leid. Und Singularity ist ein Franzose. Ja, das ist mir egal. Ein salziger Franzose. Und es tut mir, Proxy wird ja wahrscheinlich das Video hier sehen. Es tut mir unglaublich leid, dass ich im Zweifel bin. Aber wenn du ein Junge bist, bist du noch in dem Alter, wo man das nicht hundertprozentig sagen kann. Aber was ist, wenn es kein Junge ist? Dann tut uns leid. Ich habe dein Junge. Ich habe dein Junge, buddy. Ich lebe auf der Seite. Ich lebe auf der Seite. Dann tut es nichts über das. Aber es steht in keinster Frage, dass es ein Deutscher ist. Ja, ja, gut. Denn der spricht Dinglisch. 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 Nice. Guck mal, guck mal bei nice. Da bin ich mir unsicher jetzt. Laptop. Oh, he's. Ja, I know. I see him. I know. Ah, ich brenne. Ich brenne. Ash, behind the building. Aua. Ja, Ana kann ich halten. Retreating? Was hat er gesagt? Retreating? Okay. Weiß es nicht. Ja, das muss es gewesen sein. Das ist das einzige Wort, was ich so anhör. Nee, Guru, da gibt's bestimmt noch andere Wörter. Ja, ich weiß. Das ist Dinglisch. Das Dinglisch, Alter. Guru, bist du so schlecht. Wenn das ein Franzose macht, ist das dann Franklisch? Das ist Franklisch. Die sprechen eigentlich nur Französisch. Es ist überraschend, dass der Englisch spricht. Gengi on top. Oh, 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 oh. Das ist relativ schnell. ich werde eine ehre wieder herstellen oh come up proxie das ist unlucky jetzt ah nein du hast den kill an genji verhindert er hat oh mein gott oh mein gott bist du lebst noch alles gut ich treffe ich treffe dich jetzt habe ich ihn ich hätte sie unterziehen müssen ich bin extra zur seite gegangen und der feil hat mich trotzdem getroffen back on the road though they're coming from the mid oh als ob ich nicht getroffen man careful don't get hooked oh thanks das ist ein junger winston low Revolver hält der Reist. No. Rotor vom Top. Soldat. Nice. Nice Ash on top, on the bridge I got slipped, I got slipped Ash one Oh, McCree aber auch Someone at the right Genji and Rodak Genji low No, you killed me I didn't Winston Winston behind Sorry Zen Genji behind Thank you That one flicked you, totally worth it Nice Ana ult Das ist aber ein schwarzer Franzose, oder? Der hat so den schwarzen Slang drin Oh, das weiß ich gerade gar nicht Das ist natürlich schwer zu sagen Und ein bisschen racist, aber er klingt so Also wir könnten Ich meine das positiv Ich mag das Ich mag das Das klingt immer cool Hautfarbe ist heftig Ja, es tut mir leid, aber ich finde das mal cool Wer hat so diesen amerikanischen Slang drin und Franzose Das ist eine coole Mischung Hä, wie war das möglich, dass die Ash ihr Feuer reinwirft? Das war das auch nicht Die mussten jetzt zu Failload Die haben alles gefressen Ja, ja, die haben Ich hab die versucht in deine Ulti reinzuziehen Mit dem Der geboostete Roatog ist Roatog ist Roatog low Ash low too Ja, das tut er auch Come on guys Oh, Bob on the door Das geht nicht Das geht nicht Okay Team, alle Position Jetzt hätte ich mein Ult gebraucht, scheiße Oh, Ash is low, war das egal Aber wir um kämpfen noch Lucio ist da Je länger wir kämpfen, je schneller geht es natürlich weg, wenn da keiner an der payload steht Genau Retreat Retreat heißt doch Rückzug, oder? Ja, Retreat heißt Rückzug Joach Ich wundert mich nicht, dass der Franzose das sagt Ui, 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 ui Ui, ui, ui Mann, 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 du haust halt raus und... Is mir nur grad so aufgefallen. Auf Farbe raten, Nationalität und dann auch noch Franzosen-Bashing. Der kann, der kann dunkelhörig sein. Oh, Bob. Ja, er ist wahrscheinlich exaustet, aber ich denke, er ist gut für mich, oder? Was? Der redet auch so schnell wie so ein Ami. Das letzte hab ich nicht ganz verstanden. Yo, Singularity. Wtf. It's all your left side. Die kommen jetzt. Ja, Winston's on me. Oh my god. Genji rein. Oh, natürlich. Anna's low. You can do this. Come on big guy. Nein. Ash low. Ash one. Winston one. Oh, ich hab nicht geredet, glaub ich. Egal. Come on. Nicht gut, nicht gut, keine Wand. Nein, da war keine Wand mehr. Ich hatte leider kein Schild für dich. Ich hätte eine Wand gehabt, aber ich hab nicht gesehen, wo sie... Nice. Good job, guys. GG. Krass. 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 Foxy, Singularity. Highlight des Spiels. Oh, Mann. Okay. Ja, war nice. Alle waren im Play of the Game. Das war das, wo ich dachte, wir würden richtig auseinandergenommen werden. Krasses Story. Krasses Story. Grüße gehen raus an Proxy. Proxy schreibt gerne mal im Kommentar, wenn du das siehst. Ja, die Runde war besser, als die die voraufgenommen haben. Tschüss, Leute. Gab's keine davor. Die gab's nie. Nie gegeben ne Runde davor. Als ob wir ne Runde... Kann er eh nicht ausrechnen, weil... Ach so. Äh... Äh, sieben. Sorry. Ich hab drei. Ich hab fünfmal verloren, Alter. So, wir freuen uns auf die Freundschaftsanfrage von Proxy, weil... Like always. Und, ähm... Vielleicht doch nicht. Ne Loopbox. Vielleicht auch nicht. Was wär... Meinst du die Loopbox? Oh, ich hab nur ein blaues. Also, in diesem Sinne... Oh, ich hab alles gehabt. Haut rein. Tschüss. 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 Schifff... Schiffff Schifff... Schlitz sketchchefhundshof